Liebe Stadtwerkerinnen und Stadtwerker, vielen Dank für die hervorragende Zusammenarbeit, Ihre bereichernden Anregungen, Ihre Unterstützung in unseren Gremien und Erfahrungsaustauschen und nicht zuletzt für Ihr Vertrauen in die ASEF. Wir blicken zurück auf ein turbulentes, aber auch auf ein erfolgreiches Jahr 2021. Trotz der Corona-bedingten Einschränkungen haben wir durch unsere digitalen Veranstaltungsformate den Wissensaustausch in diesem Jahr sogar noch erhöhen können. Und wir freuen uns umso mehr darauf, wenn wir Sie im nächsten Jahr hoffentlich wieder in Präsenz begrüßen können. Wir haben neue digitale Tools entwickelt und diverse Dienstleistungen und wir haben gemeinsam mit vielen von Ihnen ein Zeichen für den Klimaschutz gesetzt. Die Stadtwerke-Initiative Klimaschutz der ASEF vereint bereits einen Monat vor ihrer Gründung an die 20 Unternehmen, die sich öffentlich zum Klimaschutz bekennen und gemeinsam den Weg zur treibhausgasneutralen Wirtschaft beschreiten wollen. Mit diesen Eindrücken verabschiede ich mich von Ihnen und wünsche Ihnen im Namen des gesamten ASEF-Teams erholsame Feiertage und einen erfolgreichen Start ins neue Jahr. Die Stadtwerke-Initiative Klimaschutz Die Stadtwerke-Initiative Klimaschutz Die Stadtwerke-Initiative Klimaschutz Die Stadtwerke-Initiative Klimaschutz Vielen Dank.